Und du kannst doch stolz auf dich sein. Weißt du, ich denke mir, den Kopf ausschalten und dieses ständige Grübeln zu lassen, das ist... Sie können sich schon mal überlegen, wo Sie das Geld herbekommen. Oder Maria Pallanti einfach zum Urmfuschen. Ich behaupte ja nicht, besser zu sein als Maria Pallanti, aber ich meine, sie ist eine supertolle Designerin, nur... Bitte, bitte schauen Sie sich doch mal wenigstens an. Bitte! Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Wenn Sie Ja sagen, sind Sie ein reicher Mann. Hast du das Dirndl mit Traubensaft ruiniert? Ja oder nein? Rosalie. Hast du das Dirndl ruiniert? Ja oder nein? Sag mir die Wahrheit! Weißt du, ich wollte dir das alles schon gestern sagen, das musst du mir glauben. Sag mal, wie konnte das denn passieren? Ich wusste gar nicht, dass das Kleid an einem Gast gehört. Was? Was ist denn das für eine Begründung? Das hört sich so an, als hättest du es absichtlich gemacht. Nein, natürlich nicht, Schatz, bitte, das musst du mir glauben, weißt du? Ich wollte dich nicht damit belasten, weil du hast doch immer so viel um die Ohren mit der Arbeit und... Nein, 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 hör auf damit, hör auf damit. Weißt du eigentlich, was du Emma damit angetan hast? Ja, sie hatte ein bisschen Ärger. Ein bisschen Ärger, Rosalie, sie hat eine Abmahnung von Werner erhalten. Ja, meinst du, mir tut es nicht leid? Ich meine, ich habe die ganze Nacht hier schlaflos gelegen und mir das Hirn zermattet, wie ich das alles wieder hinbiegen kann. Okay, zu welchem Ergebnis bist du gekommen? Noch zu keinem. Okay, ganz einfach. Du stellst die Sache jetzt klar, wer Schuld hat. Und zwar bei allen und sofort. Aber du hilfst mir dabei, ja? Aber ganz sicher nicht. Überlegen Sie sich's. Ihr Bruder gewinnt auf ganzer Linie und Sie gehen leer aus. Er sackt die zwei Millionen ein. Aus der Lebensversicherung einer Toten, von der wir beide wissen, dass sie gar nicht tot ist. Hören Sie auf. Sie sind ein Mörder. Ach, doch nur in Ihrer blühenden Fantasie. Sie lesen zu viele Krimis. Sie haben versucht, mich zu erpressen. Und das ist ganz schlecht für jemanden, der nur auf Bewährung draußen ist. Geschenkt. Ich weiß, dass ich verloren hab. Die Schlacht vielleicht, aber nicht den Krieg. Sie sollten sich neue Verbündete suchen. Sie etwa? Zusammen könnten wir die zwei Millionen Ihren Bruder wieder abluchsen. Denken Sie nach. Sie wollten von mir 100.000. Ich gebe Ihnen die Chance auf eine Million. Vergessen Sie's. Da mach ich nicht mit. Dann bleiben wir Leben lang der arme Günstling Ihres reichen Bruders. Und was ist? Sie ist nicht da. Aber der Brief ist da. Sie hat ihn Gott sei Dank noch nicht entdeckt, Xaver. Also, machen Sie's gut. Hey, da bist du ja. Wo warst du denn? Im Fitnessraum. In den Klamotten? Mhm. Ja, ich dachte, ich guck mal, was die da für Kurse anbieten. Und du? Schön geduscht? Äh, ja. Kriege ich keinen richtigen Kurs? Selbstverständlich. Ist ja alles in Ordnung. Ich hab mich geärgert über dieses trampelige Zimmermädchen. Ruiniert mir ein Designerkleid und denkt dann, sie kann's mit Perlen wieder in Ordnung bringen. Was ist denn los? Warum setzt du dich nicht zu mir, wenn ich mit dir rede? Ich dachte, hier ist es ein bisschen gemütlicher. Ach so. Du willst, dass ich zu dir komme. Selbst wenn. Und ich sage, wenn ich auf Ihr Angebot einsteigen sollte, wir wollen Sie an das Geld kommen. Ah, die schöne Aussicht bringt Sie langsam zur Vernunft. Also was ist, haben Sie nun einen Plan oder nicht? Selbstverständlich hab ich einen Plan. Ich steige bestimmt nicht bei einer Sache ein, dich nicht kennen. Einen schönen Tag noch. Hey, warten Sie. Ja. Ganz einfach. Wir schnappen uns Silvia und lassen den Besitzern dieses schönen Etablissements zwei Millionen für Sie zahlen. Was macht Sie so sicher, dass Werner das Geld einfach so rausrücken wird? Weil er Silvia liebt. Und weil die zwei Millionen aus der Lebensversicherung ihm einfach so in den Schoß gefallen sind. Glauben Sie mir, der verliebte Gockel wird Sie gerne wieder ausgeben für das Objekt seiner Begierde. Also, sind Sie dabei? Nein. Wieso nein? Die Sache ist mir teils. Ach, kommen Sie. Ein gestandener Mann wie Sie mit Ihrer Erfahrung, der kneift doch nicht bei so einer Aufgabe. Ein erfahrener Mann weiß, wann er vorsichtig sein muss. Ich traue ihn nicht. Wer garantiert mir, dass Sie nicht einfach mit Ihrer Frau abhauen, sobald Sie sie in Ihre Gewalt haben? Hören Sie, ich weiß, dass ich Silvia für immer verloren habe. Ich will nur noch das Geld. Oder Sie nehmen weines, das Geld und die Frau und verschwenden auf dem immer Wiedersehen. Ein Gesetzentfall, ich wäre so blöd. Dann würden Sie doch Silvias wahre Identität sofort auffliegen lassen. Sehr wahrscheinlich. Ich hätte dann nicht nur die Polizei und ihren Bruder am Hals, sondern auch noch die Versicherung, die ihre zwei Millionen wiederhaben will. Hoher Gewinn? Viel Risiko. Genau, Sie haben das gerade eben sehr, sehr treffend gesagt. Ein erfahrener Mann weiß, wann er vorsichtig sein muss. Deshalb gebe ich mich doch lieber mit der Hälfte zufrieden und habe einen starken Partner an meiner Seite. Was ist denn los? Ich dachte, du wolltest. Ja, wollte ich auch. Und warum sitzt du dann jetzt da wie so ein Stück Holz? Weil ich, weiß auch nicht, irgendwie... Du bist doch sonst auch nicht so... Ach so, verstehe, mein schlabber Look. Das haben wir gleich. Ich habe mir gestern einen kleinen, feinen Hauch von nichts gekauft. Äh, schön hier geblieben. Dieses Teil, das wird dich wieder auf Touren bringen. Hey. Was hast du denn vor? Ich, ähm... Ich muss einfach mal raus. Schon wieder Fahrrad fahren? Simon, es ist lieb von dir, dass du dir so viele Gedanken um mich machst. Aber ich bin auf dem Weg der Erbesserung. Vergiss das nicht. Ich habe mir einfach vorgenommen, wieder so viel wie möglich am normalen Leben teilzunehmen. Trotzdem. Hey, du sagst mir einfach, was du brauchst und legst dich schön aufs Sofa, rufst dich aus und ich besorge alles. Alles, was du willst. Das geht nicht. Warum denn nicht? Weil es sonst keine Überraschung mehr ist. Überraschung? Ich würde dich gerne zum Essen einladen. Also dich, Felix und deine Mutter. Das ist lieb, aber... Wehe, du sagst jetzt wieder, dass das zu anstrengend für mich ist. Hey, ihr habt so viel für mich getan. Ich möchte mich mit dem Essen bei euch bedanken. Keine Widerrede. Hm? Okay. Wenn es dir so wichtig ist... Ich freue mich natürlich über die Einladung. Schön. Sagst du deiner Mutter Bescheid? Ja. Also, sagen wir um acht. Du musst mir nur versprechen, dass... wenn es dir zu viel wird, dass du mir Bescheid sagst. Das sagt keiner was davon, wenn du heute beim Essen vor Erschöpfung einschläfst. Ja, da hast du recht. Mach ich, versprochen. Also, bis später. Ja. Und ich rühre dich. Wenn du gerade gesagt hast, wir dich zu sein. Ja. Ich rühre dich. Kapl. Ich verstehe ja, dass die Müller sauer ist wegen des Flecks. Trotzdem. Sie hätte sich wenigstens anschauen können, was ich gemacht habe. Die halbe Nacht habe ich dran gesessen. Und jetzt will sie 1000 Euro Schadenersatz. Ob sie das nur so gesagt hat? Woher soll ich denn das Geld nehmen? Hallo, Emma. Grüß Sie, Frau Sonnenbichler. Ui. Das ist ja wunderschön. Wo hast denn das her? Ist das etwa Seidenbrockrad? Ja. Hast du es neu? Irgendwie ja. Sagen wir mal, es ist mir zugeflogen, wenn auch nicht ganz freiwillig. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Das kostet doch ein ganzes Vermögen. Naja, mindestens 1000 Euro. Das ist von Maria Palanti, der Designerin aus München. Und wie kommt das jetzt zu dir? Na, es gehört einem Gast. Und ich sollte es für ihn ändern. Aber dann hat irgendjemand einen Fleck drauf gemacht. Also nicht ich. Ich war es wirklich nicht. Auch wenn das hier alle glauben. Was denn für ein Fleck? Zeig mal. Ich sehe gar nichts. Man sieht ihn auch nicht mehr. Der Fleck war hier. Und da habe ich mir halt was einfallen lassen müssen. Nein. Sag bloß, diese schönen Applikationen sind von dir. Naja, irgendwie musste ich das Kleid ja wieder hinbekommen. Auch wenn Frau Müller es sich jetzt nicht einmal anschaut. Frau Müller? Die Carla Müller. Der gehört das Kleid. Na ja, nur will sie es jetzt nicht mehr haben. Stattdessen will sie Schadenersatz von mir. Ja, was aber. Das passt ja doch gar nicht. Ist doch viel zu groß. Ja, sie wollte es verschenken. Verschenken? Irgendwie kann ich es mir schon denken an wen. So, Sie sind also für das ruinierte Dirndl verantwortlich. Ja. Und es tut mir schrecklich leid. Da haben Sie mir ja was Schönes eingebrockt. Wie stehe ich denn jetzt vor Ihrer Schwester da? Können Sie nicht einfach die Abmahnung gegen Emma zurücknehmen? Muss ich ja wohl. Stattdessen sollte ich am besten eine gegen Sie aussprechen. Was, Sie wollen mich rauswerfen? Herr Direktor, haben Sie den Mund? Entschuldigung. Nein, nein, bleiben Sie ruhig. Wir sind sowieso gleich fertig. Ja. Da haben Sie sich ein ganz schönes Ding geleistet. Entschuldigung, Herr Direktor. Könnten wir bitte die Angelegenheit unter vier Augen besprechen? Oh, es geht um was Persönliches. Dann gehe ich natürlich. Ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Sie sind ja auch noch jemand anderem in die Schuhe schieben wollten. Und das kommt bestimmt nie wieder vor, das schwöre ich. Mir ist es im Fürstenhof nicht. Beim nächsten Mal sind Sie draußen. Auch wenn Ihr Freund mein Partner und Neffe ist. Ja, klar. Danke. Moment noch. Dass ich die Abmahnung gegen Ihre Schwester zurücknehme, richten Sie ja bitte aus. Ich? Ja, wer denn sonst? Sie erwarten rummulich etwa, dass ich mich bei einem Zimmermädchen entschuldige für etwas, für das Sie verantwortlich sind. Was soll das heißen? Die Aktion ist abgeblasen. Das, was ich gesagt habe, es findet nicht statt. Ist das so schwer zu verstehen? Ich renne mir die Hakken nach einer Videokamera ab. Und jetzt, wo ich sie endlich habe und wir ihn überführen könnten, da kommen Sie und sagen plötzlich auch nö, doch nicht? Das ist so gefährlich. Da steckt doch was anderes dahinter. Sie haben Ihre Meinung geändert und sich auf Wielanders Seite geschlagen. Das trauen Sie mir zu? Ich traue Ihnen alles zu. Zumindest alles Schlechte. Aber lassen Sie doch die alten Geschichten. Sie haben mich eingesperrt. Nur um alleine mit Wielander zu reden. Und das sind keine alten Geschichten, das war gestern. Mensch Junge, Sie sind da noch grün hinter den Ohren. Ich wollte Sie schützen. Jetzt kommen Sie mir nicht auf die Väterliche. Und ich muss mich schützen. Was ist, wenn wir Unrecht haben? Und der Mann ist unschuldig? Dann kann er das, was wir mit ihm vorhaben, als Versuch der Erpressung auslegen. Er ist aber nicht unschuldig. Das haben Sie selbst doch die ganze Zeit gesagt. Und wenn doch? Und wenn er damit zur Polizei geht? Dann heißt das, ich verstoße gegen meine Bewährungsauflagen und gehe wieder in den Knast. Jetzt erzählen Sie mich, Sie hätten Angst. Sie sind doch sonst nicht so ein Weichei. Ich bin nur vorsichtig. Sie haben die 100.000 bereits abkassiert. Das ist es. Und jetzt müssen Sie ihn natürlich in Ruhe lassen. Blödsinn. Klar! Sie sind und bleiben ein Mistkerl. Ist das der Dank dafür, dass ich Ihnen das Leben gerettet habe? Wenn ich nicht zu Wielanderen gegangen wäre, würden Sie jetzt tot im Wald liegen, Sie Rollslöffel! Es war von Anfang an ein Fehler, dass ich mich auf Sie eingelassen habe. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte! Aber wahr! Sie schwören, dass Sie mich nicht veräppeln? Nein, ich schwöre! Sie und Ihr Mann geben also verarmte Adelige, um diesem ehemaligen Pagen Xaver eine Blamage zu ersparen? Nein, nein, das ist ganz falsch. Xaver ist jetzt unser Sohn. Frau Sonnbichler, wenn der Chef das erfährt, dann reißt er Ihnen den Kopf ab! Ach Gott, daran darf ich überhaupt nicht denken. Du sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Dirndl? Ja, Frau Müller wollte es Ihnen schenken. Ihrer leider verarmten, blaublütigen Schwiegermutter entspät. Also sollten Sie es auch bekommen? Ach, ich weiß nicht. Hier passt es doch nicht. Außerdem war es eh für Sie bestimmt. Ach, Emma. Also Ihr Mann wäre bestimmt total begeistert. Ich weiß doch eh nicht, was ich damit machen soll. Frau Palantin nimmt es bestimmt nicht zurück. Und für den Secondhandladen ist es wirklich zu schade. Ja. Also da hast du nun wirklich recht. Also gut. Aber ich nehme es jetzt einfach nur mal so mit. Das ist noch nicht endgültig. Oh, Entschuldigung. Frau Sonnbichler, so stürmisch. Na, wer rennt denn hier wenig um? Was ist denn los mit Frau Sonnbichler? Keine Ahnung. Ich bin wahrscheinlich an dem Diendl. Das bringt nämlich Unglück. Hm. Mir zumindest. Ah. Dann hat Rosalia so noch nicht mit dir geredet. Nein, wieso sollte sie? Nicht so wichtig. Ich kann dir so viel verraten. Das Kleid bringt kein Unglück. Deine Abmahnung ist vom Tisch. Wirklich? Ja. Danke, Felix. Bedank dich nicht bei mir. Ja. Darf ich? Ja, klar. Komm rein. Ich habe gerade eine E-Mail von einem Kollegen bekommen, mit dem ich hier in ständigem Kontakt bin. Und er ist der Meinung, dass Frau Tarasch bald den zweiten Teil der Chemotherapie beginnen kann. Habt ihr besser Anschläge als der erste? Das wollen wir hoffen. Ansonsten müssen wir ihr die Wahrheit sagen. Langsam. Abwarten. Ich habe sie gerade getroffen. Sie war auf dem Weg ins Dorf. Mit dem Fahrrad. Was? Das ist doch viel zu anstrengend für sie. Ja. Das hätte ich ihr auch gerne gesagt, aber das geht ja nicht. Zumindest nicht ohne ihr mitzuteilen, wie es wirklich um sie steht. Und es kommt noch besser. Wir sind heute bei ihr zum Essen eingeladen. Sie will selber kochen. Nicht mal beim Einkaufen durfte ich ihr helfen. Aber sie denkt, sie ist auf dem Weg der Besserung. Und du denkst jetzt doch wieder, dass es ein Fehler ist, ihr das Ergebnis der Chemotherapie vorzuenthalten? Egal mit wie viel Wartewörtern du das Ganze umschreibst, was wir tun, ist lügen. Wir lügen sie an. Und ja, ich habe Angst, dass es ein Fehler ist. Aber auch wenn sie sich heute Abend vielleicht zu viel zumutet, gut ist, dass sie sich was zutraut. Dass sie aktiv ist, ihre Kräfte spürt. Hast du keine Bedenken, dass sie irgendwann zusammenbricht? Und dann ist alles schlimmer als vorher. Doch. Natürlich habe ich Angst, dass ich was falsch mache. Warum sagen wir ihr dann nicht einfach, was los mit dir ist? Weil ich mir sicher bin, dass es ihr dann noch schlechter gehen wird. Sie braucht Lebensmut. Sonst steht sie den Kampf nicht durch. Du zweifelst. Und das ist auch richtig. Ist es richtig, sich immer wieder zu fragen, tun wir das Richtige? Helfen wir ihr wirklich damit? Und in diesem Fall denkst du, tun wir das? Ich bin ihre Ärztin. Ich übernehme die volle Verantwortung. Simon, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, was ich tue. Frau Tarasch ist nicht der erste Krebspatient, den ich behandle. Hallo, Emma. Hi. Ist was? Nein. Ich frag mich nur grad, ob Felix wohl immer noch Rückenschmerzen hat? Nein, dem geht's super. Und das, obwohl er mich nach Hause wuchten musste? Ja, ich weiß, das tut mir leid. Ich hab da wohl ein bisschen übertrieben. Aber wenn du gleich hörst, was ich dir zu sagen habe, wirst du mir wegen dieser Lapalde nicht mehr böse sein. Willst du dich für die Sache vorgestern entschuldigen? Entschuldigen, ja. Aber für was anderes. Wofür? Rosalie, wofür? Dann muss es ja noch schlimmer sein als die Sache vorgestern. Also die Sache mit dem Dirndl. Das soll ich... Du? Ja, weißt du, ich dachte, es gehört Marisol Bichler, dieser blöden Kuh, aber wenn ich gewusst hätte, dass es von einem Gast ist, dann hätte ich... Moment. Du hast das Dirndl mit Absicht mit Traubensaft beschüttet? Ja, wenn du mitbekommen hättest, wie mich dieses Portiers-Töchterchen immer behandelt, dann würdest du das verstehen. Und du hast tatenlos zugesehen, wie der Chef mich abmahnt? Ach ja, ich soll dir ausrichten, die Abmahnung nimmt er natürlich zurück. Danke, das weiß ich schon von Felix. Ja, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Nein! Gar nichts ist in Ordnung! Manchmal kann ich mir nicht vorstellen, dass wir beide miteinander verwandt sind. Ja, ich weiß, du würdest sowas niemals tun, aber jetzt reg dich doch ab sofort. war das doch gar nicht. Nicht furchtbar? Rosalie, ich habe fast meinen Job verloren. Jetzt übertreibst du aber. Ich habe die ganze Schuld vor Herrn Saalfeld auf mich genommen. Die Sache ist vom Tisch. Und meinst du, das ist mir leicht gefallen? Soll ich dich jetzt etwa bedauern, oder was? Nein, aber du könntest mir anrechnen, dass ich meinen Film eingesehen habe und alles dafür getan habe, um ihn wieder gut zu machen. Da haben Sie sich aber einiges vorgenommen. Geben Sie mir mal die Taschen. Dankeschön. Was haben Sie denn da alles eingekauft? Wollen Sie eine zehnköpfige Familie bekochen? Nein, Simon, seine Mutter und Felix. Haben Sie aber sicher fünf Gänge geplant, ne? Naja, fast. Aber die drei haben so viel für mich getan, da muss ich ein bisschen was auffahren. Soll ich Ihnen dabei helfen? Nein, das brauchen Sie nicht. Dankeschön. Sie dürfen sich aber nicht überanstrengen. Ich weiß, aber ich kann doch nicht die ganze Zeit in meiner Wohnung hocken und nichts tun. Das verstehe ich, aber Sie müssen niemandem was beweisen. So, und jetzt trage ich Ihnen erst mal die Tasche nach oben. Und wenn Sie wollen, dann helfe ich Ihnen mal kochen. Macht doch mehr Spaß zu zweit. Ja, das stimmt. Vielen Dank. So, eine Bloody Mary mit extra viel Pfeffer. So scharf kann sie gar nicht sein, dass ich es mit Ihnen aufnehmen könnte. Stimmt so. Dankeschön. Bitte schön. Aha. Neue Strategie, damit es endlich besser läuft. Das lobe ich mir, Sie arbeiten mit, vor allem Einsatz. Vor allem Körpereinsatz. Was soll das heißen? Entschuldigen Sie bitte, wenn ich Ihre intellektuellen Fähigkeiten ein bisschen überfordere, aber auf die scheint es bei Ihnen ja auch nicht so besonders anzukommen. Sie sind doch bloß neidisch, weil meine Happy Hour super läuft. Was sicher nichts mit der Qualität Ihrer Cocktails zu tun haben dürfte. So, bitte schön. Wissen Sie, was mich interessieren würde? Was Ihr Freund dazu sagt, dass Sie hier so offenherzig rumrennen? Felix, der ist stolz darauf, eine Freundin zu haben, die so hübsch und sexy ist, dass alle anderen Männer ihn beneiden. Aber keine Angst, Ihr Freund hat auch bestimmt genügend Gründe, stolz auf Sie zu sein. Wobei, wegen Ihres Äußeren kann er ja nicht stolz auf Sie sein, so zugeknöpft und verbissen, wie Sie immer rumlaufen. Aber es zählen ja auch die inneren Werte. So. Ich möchte mit Euch anstoßen. Ich bin wirklich froh, dass Ihr da seid, weil es mir die Möglichkeit gibt, mich bei Euch zu bedanken für das, was Ihr in letzter Zeit für mich getan habt. Auf Euch. Auf Dich. Auf die tapferste Patientin, die ich je hatte. Ihr seid wirklich die Besten. Ohne Euch hätte ich die Chemotherapie nicht so gut überstanden und ohne Euch, da bin ich mir sicher, hätte die Therapie nicht so gut angeschlagen. Im Ernst, Eure seelische Unterstützung war fast wichtiger als die medizinische Behandlung. Nichtdestotrotz sind Sie natürlich eine wunderbare Ärztin. Tausend Dank nochmal. Ich danke Ihnen. Ja, auf Ihren bewundernswerten Kämpfergeist, der Rottarasch. Die neue Frisur steht Dir wirklich, wirklich gut. Das finde ich auch. Das wollte ich Ihnen auch schon sagen. Prima. Das sah nie so gut aus. Gut. Schluss mit den Komplimenten. Alles in Ordnung? Und mit deinen Gedanken bist Du ganz woanders. Rätstest Du, welch wunderbare Überraschung ich für Dich habe? Was? Überraschung? Oh la la, muss ich etwa eifersüchtig werden? Nein, ganz sicher nicht. Etwas lenkt Dich doch ab. Ja, ich habe heute Nachmittag Viktoria Tarasch getroffen und ihr ein bisschen geholfen. Die Arme macht wirklich eine Menge durch. Wie geht's ihr denn? Nicht gut. Die Chemo war nicht erfolgreich, aber sie weiß das noch gar nicht. Frau Dr. Konopka und auch ihr Bruder, die haben beschlossen, ihr nichts zu sagen, weil sie befürchten, dass sie dann ganz aufgibt. Ja. Ich weiß noch, als ich meine Frau Brustkrebs hatte, da war sie an manchen Tagen so deprimiert, dass sie sich nicht mehr behandeln lassen wollte, weil sie davon überzeugt war, dass es sowieso keinen Sinn mehr hat. Aber dann hat sie es doch geschafft. Ich kann mir vorstellen, wie es Frau Tarasch im Moment geht. Bist du dir jetzt einverstanden, dass sie die Therapie ihr Modell macht? Ja, sicher. Es war ein Fehler von mir, ihr das Ausreden zu wollen. Die vertraute Umgebung, die tut dir gut. Das sehe ich jetzt auch ein. Nicht zuletzt wegen dir, mein Engel. Wieso das denn? Weißt du, ich sehe die Welt jetzt mit ganz anderen Augen. In meinem ganzen Leben war ich noch nie mit einer Frau zusammen, dass ich nur an eine andere denke. So wie du. So siehst du mich? Mhm. Dass ich nur an eine andere denke? Mhm. Naja, eigentlich stimmt das auch. Ich habe die ganze Zeit nur an dich gedacht. Mhm. Weil ich mit dir das Große losgezogen habe. Verreisen will ich unbedingt. Das kannst du auch. Sobald du das Ganze hier überstanden hast. Oder im Ausland arbeiten. Wenn man dieser Krankheit etwas Positives abgewinnen kann, dann... dass man über sein Leben nachdenkt. Und da bist du draufgekommen, dass du uns alle verlassen willst. Nichts gegen den Fürstenhof, aber das war meine erste Stelle nach dem Studium in London. Ich will ja hier nicht in Rente gehen, hm? Das sollst du auch nicht. Im Gegenteil tun. Du solltest dir ganz viel von der Welt anschauen. Mhm. Ja. Ich meine, Reisen bildet. Stimmt's? Ey. Erst päppeln wir dich hier auf und dann fliegst du einfach so davon. Das muss ja nicht für immer sein. Mhm. Ein bisschen Urlaub haben sie sich wirklich verdient. Nach all diesen Strapazen. Urlaub. Nicht mehr. Nicht jetzt. Aber für ganz lange. Also, ich möchte mindestens für drei Monate weg. Ein sehr guter Freund von mir hat erzählt, dass es in Australien wunderschön sein soll. Und es soll dort ausgezeichnete Weine geben. Darauf stoßen wir an. Alles in Ordnung? Wo liegen Sie? Beide. Alles in Ordnung? Wo liegen Sie? Beide. Das Kleid oder ich? Ja, natürlich beide. Also, wenn ich das so anschaue, da könnte ich mich glatt nochmal in dich verlieben. Für so eine Bemerkung muss ich erst so ein schönes Kleid anziehen. Ja, mei. Wir Männer sind eben Jäger. Und jeder versucht, die schönste Beute mit heimzubringen. Trotzdem ziehe ich es gleich aus und ich trage es auch nicht mehr. Willst du es der Carla zurückgeben? Das musst du doch verstehen. Mir war das schon peinlich genug, dass er uns diesen teuren Wein geschenkt hat. Aber dieses Kleid, du, das hat mindestens 1000 Euro gekostet. Und wenn ich das jetzt trage, dann ist das Betrug. Ach, Betrug, Illegat. Du hast es ja nicht gestohlen. Sie hat es dir geschenkt. Ja. Genau wie mir den Wein. Ja, ja. Aber aus Mitleid, weil wir ihr den verarmten Adel vorgespielt haben. Na ja, gut. Vielleicht, vielleicht hast du wirklich recht. Vielleicht solltest du es zurückgeben. Aber wie willst du es machen, ohne sie vor den Kopf zu stoßen? Tja, da muss mir was sehr Gutes einfallen. Ich sehe mal nach, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht braucht halt... Bist du jetzt zufrieden, ja? Siehst du jetzt wenigstens ein, dass es ein Fehler war, Viktoria anzulügen? Sie hat ihre Kräfte völlig überschätzt. So kann es nicht weitergehen. Doch. Das kann es. Ja. Bis sie irgendwann ganz zusammenbricht. Du hast sie doch gehört. Sie macht Pläne. Sie denkt über ein Leben nach der Krankheit nach. Das ist gut. Das heißt, sie hat Hoffnung. Gott. Hoffnung, Hoffnung, Kraft. Ich kann das langsam nicht mehr hören. Wir müssen ehrlich zu ihr sein. Ehrlich. Sie glaubt daran, dass sie es schaffen kann. Und das ist es, was zählt. Und was ist, wenn es ihr in nächster Zeit nicht besser geht? Wird sie die Wahrheit dann immer noch vorenthalten? Das werden wir dann entscheiden. Worauf willst du warten? Willst du sie so lange anlügen, bis sie tot ist? Das ist das, ja? Und dann immer noch behaupten, dass es das Beste für Viktoria war. Simon, ich kann verstehen, dass du Angst um sie hast, aber dass sie sterben könnte, daran darfst du nicht mal denken. Typisch, meine kleine Schwester. Von null auf hundert. Du wirst dich jetzt ein bisschen aus. Ich sag denen Bescheid, dass die Feier vorbei ist und dann schau ich noch mal rein zu dir. Nein, Felix. Die beiden sollen bleiben. Setz dich zu ihnen und genießt das Essen. Im Ernst, ja. Ihr macht mir damit die größte Freude. Macht euch einen schönen Abend doch ohne mich. Ich weiß nicht. Im Kühlschrank ist noch ein Weißwein und meine selbstgemachte Mousse au Chocolat. Okay. Ich esse deine Mousse au Chocolat, wenn du mir versprichst, dass du dir in Zukunft deine Kräfte besser einteilst. Welche Kräfte? Felix, ehrlich gesagt, ich merke nicht besonders viel davon, dass die Chemotherapie angeschlagen hat. Mir geht's genauso schlecht wie vorher noch dazu, die Nebenwirkungen. Ich hab nicht mehr Kräfte, sondern weniger. Im Grunde genommen, gar keine mehr. wie ist denn das Dirndl überhaupt bei Ihnen gelandet? Ah, das ist wirklich eine lange Geschichte. Aber, Entschuldigung, setzen Sie sich doch. Oh, danke. Aber, es ist wirklich wunderschön. Na gut, es freut mich, wenn es Ihnen gefällt. Nein, ich meine, es geht doch nicht an, dass Sie nur ein einziges Dirndl im Schrank hängen haben. Sie müssen doch ein bisschen Auswahl haben. Auch wenn Sie sich sonst keinen angemessenen Lebensstil mehr leisten können. Ach, wissen Sie, daran haben wir uns jetzt eigentlich schon gewöhnt. Wie auch immer, ich bin mir sicher, es steht Ihnen ganz hervorragend. Dankeschön. Das ist ja aber auch wirklich ein ganz, ganz edles Stück. Ja, es ist von einer Top-Designerin aus München. Umso ärgerlicher, dass dieser Trampel von Zimmermädchen einen Fleck drauf gemacht hat. Da ist ein Fleck drauf? Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ja, weil sie irgendwelche Perlen und Applikationen draufgenäht hat. Ja, aber das muss sie ja ganz wunderbar gemacht haben. Es ist nett, dass Sie sie in Schutz nehmen, aber das ist ein Dirndl von Maria Palanti. Da kann man nicht einfach irgendwas drüber pappen. Ach so, mich hat das jetzt nicht gestört. So. Ja, wunderbar. Es ist ja sowieso für Sie bestimmt. Ich hoffe, dass Sie viel Freude damit haben. Nein, es geht leider nicht. Es ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber mit so einem schönen Kleid würde ich doch immer an die Zeit erinnern, die jetzt nicht mehr ist. Ich wüsste ja auch gar nicht, bei welcher Gelegenheit ich das tragen soll. Verstehen Sie das? Ja, natürlich. Es tut mir leid, ich wollte Sie nicht verletzen. Oh nein, das haben Sie überhaupt nicht. Sie haben mir eine ganz große Freude gemacht. Wirklich, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. nur leider. Kein Problem. Ich kann nachfüllen, wie es Ihnen geht. Ja. Danke. Aber wissen Sie, womit Sie mir eine ganz große Freude machen können? Tragen Sie doch das Döndl. Lassen Sie sich das ändern auf Ihre Größe. Ich werde es mir mal durch den Kopf gehen lassen. Ja. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Wir müssen Viktoria sagen, was mit dir los ist. So eine Aktion wie gestern. Wir können nicht zulassen, dass sie noch mal zusammenbricht. Ja, aber wir müssen uns es gut überlegen. Felix, bitte. Wir haben schon tausendmal hin und her überlegt. Sie darf Ihren Optimismus nicht verlieren. Den hat sie verloren, und zwar gestern Abend. Ich kann das einfach nicht mehr. Ich kann Ihnen nicht ständig ins Gesicht lügen. Moment mal, Simon. Es geht nicht um unsere Befindlichkeiten. Es geht darum, was das Beste für Viktoria ist. Tatsache ist, dass die erste Chemo nicht angeschlagen hat. Aber es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass der zweite Therapiezyklus was bewirkt. Und das müssen wir abwarten. Nein. Ich denke, wir machen einen Fehler. Okay. Soll ich mich vor sich hinstellen und sagen, Schwester, nein, es tut mir leid. Wir haben dich die ganze Zeit angelogen. Was glaubst du, wie sie reagieren wird? Sie verliert das Vertrauen in uns. Dann gibt es ja am Ende ganz auf. Katz. Und was haben wir uns gleich los reingeritten? Scheint ja wirklich eine tolle Nacht gewesen zu sein. Ja, mein Lieber, das war sie auch. Na, leider war sie viel zu schnell zu Ende. Es ist schon komisch, wie das Leben so spielt. Vor ein paar Monaten, da lag alles bei mir in Trümmern. Soll ich dich ein bisschen bedauern? Kinder weg, Charlotte weg. Die saß da mit Barbara. Ein Bruder, ein Verbrecher. Was machst du schon wieder damit anfangen? Was ich sagen wollte ist, zu den Monaten zuvor habe ich jetzt eine wundervolle Frau an meiner Seite. Ein Bruder, mit dem ich mich so gut verstehe wie mir zuvor. Ja, bitte. Zwei Milchcafé aus dem Restaurant, die bestelle ich dir direkt. Ja, Herr Spohnheim, stellen Sie es nur hin. Ich mache das schon. Danke, danke. Es ist wirklich so. Der Teufel macht immer auf den größten Haufen. Ach, du meinst die zwei Millionen als Barbaras Lebensversicherung? Ja. Dabei brauche ich das Geld nicht unbedingt. Ich habe genug davon. Ich bin jetzt nicht nur reich, sondern sogar sehr reich. Das ist ein verdammt gutes Gefühl. Du bist wirklich ein Glückspilz. Ja, das stimmt. Und weißt du, was der Witz ist? Ich war mein ganzes Leben lang hinter dem Gelder her. Und jetzt, wo ich plötzlich mehr als genug habe, interessiert es mich gar nicht. Es gibt was viel Wichtigeres. Das kann wirklich nur einer sagen, der genug davon hat. Die Liebe seiner wundervollen Frau wie Sylvia, der Zusammenhalt in der Familie, weißt du, das ist doch alles viel, viel wichtiger. Schön, dass du das so siehst. Ich muss noch was erledigen, bevor ich wieder in meine Küche muss. Frau Taras. Ja? Ich weiß, das wird Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht so viel bedeuten, dass Sie ja nicht gerade ein Fan von mir sind. Frau Engel, fassen Sie sich bitte kurz. Ich habe im Moment wirklich eigene Sorgen. Ja, darum geht's. Ich wollte nur noch sagen, dass es mir wirklich sehr, sehr leid tut mit Ihrer Krankheit. Mitleid hilft mir wirklich sehr. Nein, ich meine doch nur, Sie haben es wirklich schwer zurzeit. Die Krankheit allein ist ja schon schlimm genug, aber dann die Chemo mit den ganzen Nebenwirkungen. Ja, das wünscht man niemandem. Und dann alles umsonst. Was? Wissen Sie, ich kann mir gut vorstellen, wie es Ihnen geht. Man macht sich so viele Hoffnungen und dann schlägt die Chemo nicht an. Wie kommen Sie darauf? Aber Sie dürfen nicht aufgeben. Beim nächsten Mal klappt es bestimmt. Und wenn Sie in der Zwischenzeit irgendwas brauchen, dann bitte zögern Sie nicht, mich um Hilfe zu bitten. Ich bin eigentlich nicht so ein schlechter Mensch. Zimmer-Service. Gut, dass Sie da sind. Ich wollte sowieso mit Ihnen sprechen. Ja, ich weiß, weil Sie Schadenersatz für den Fleck wollen. Ich will keinen Schadenersatz. Nicht mehr? Nein, im Gegenteil. Ich finde es großartig, was Sie mit dem Dirndl gemacht haben. Was? Wie sind Sie zu dem Kleid gekommen? Na ja, Frau von Co... Frau Sonnenbichler. Sie hat es mir zurückgebracht. Und da habe ich erst gesehen, was Sie mit dem Dirndl gemacht haben. Und ich muss sagen, allererste Klasse. Wirklich. Danke. Es sieht fast besser aus als vorher. Nein, wirklich sauber gearbeitet. Ja, insofern ich das als Laie beurteilen kann. Ich habe mir Mühe gegeben. Warum sind Sie eigentlich Zimmermädchen geworden? Na ja, ich muss ja irgendwie Geld verdienen. Und ich bin gerne hier im Fürstenhof. Na ja, aber bei Ihrem Talent. Da muss es doch irgendwie andere Möglichkeiten geben, als nur so eine Art bessere Putzfrau zu sein, oder? Wissen Sie was? Ich stelle Sie der Designerin Maria Palanti vor. Wirklich? Ja, Sie werden schon sehen. Sie wird von Ihrer Arbeit genauso begeistert sein wie ich. Die Chemer hat angeschleift. Die Werte sind nicht wunderbar, aber Frau Kolopka ist zufrieden. Wirklich? Ja. Alles wird gut. Es ist nichts. Mit deinem Befund ist alles in Ordnung. Mach dir bitte keine Sorgen. Und du lügst mich wirklich nicht an? Dein. Ich habe das Gefühl, von Tag zu Tag schwächer zu werden. Denn diese ständige Übelkeit... Übelkeit ist leider eine der unvermeidlichen Nebenwirkungen dieser Therapie. Das ist ganz normal. Ihr Befinden hat nichts mit dem Erfolg der Therapie zu tun. Muss das ausgerechnet wieder hier sein? Ist das schön ruhig und abgelegen? Ist das etwa eine Falle? Warum denn so misstrauisch? Ich denke, Sie wollen mit mir zusammenarbeiten. Sie denn auch mit mir? Wenn Sie mir nicht vertrauen, selbstverständlich nicht. Was soll das? Sie bestellen mich hier in die Wildnis, nur um mir zu sagen, dass Sie nicht mitmachen wollen? Das hätten Sie mir auch am Telefon sagen können. Da weiß man nie, wer mithört. Ach. Außerdem ist es besser, wenn man uns nicht zusammen sieht. Das ist doch vollkommen egal. Na schauen Sie mich nicht an, wie dies fängt es. Was ist nun? Ziehen wir das Ding gemeinsam durch und erleichtern Ihren Bruder um die zwei Millionen oder nicht. Eigentlich sind Sie nicht der Typ, mit dem ich so eine Sache starten würde. Wissen Sie was? Sie können mich mal. Hören Sie eigentlich immer so schlecht zu? Ich sagte eigentlich. Aber in diesem Fall? Tun Sie es doch? schnappen wir uns ihre Frau und dann holen wir uns das Geld von meinem Bruder. Hey. Was ist denn los? Hast du einen Gespenst gesehen? Komm, ich bring dich in deine Wohnung. Fass mich nicht an. Lügner. Lügner, alle miteinander. Wie meinst du das? Ihr habt mir gesagt, die Chemo wäre angeschlagen, aber stimmt das nicht? Es tut mir leid. Es tut mir schrecklich. Wir wollten dir die Hoffnung nicht nehmen. Ich habe solche Angst zu sterben. Jedenfalls wären wir dir sehr verbunden, wenn du uns für heute Abend als Xavers Eltern behandeln würdest. Wenn du uns sozusagen ausleisten. Ja. Die Verhandlung über das Lösegeld ist Ihre Sache. Lassen Sie sich nicht erwischen. Sie können hier nicht so sitzen bleiben. Sie holen sich eine Lungenentzündung. Geht das wenigstens schnell? Was? Wir fahren nirgendwo hin, ehe Sie beide meinen Papa kennengelernt haben. Er wird Sie sofort ins Herz schließen. Der Papa. Na fein. Dann kann es ja losgehen. Dann erfrieren wir eben gemeinsam. Wie geht es Ihnen sehen? Also ich spüre meine schon nicht mehr. Dann gehen Sie doch endlich. Nein, ich bleibe bei Ihnen. Ende der Diskussion. Denn da kann es nicht mehr die帳 denken. Dann gehen Sie doch nach,